...Plassement, eine Einzeitung nach Ritterhahn 1, 2 und es gibt dann auch die Jüngere noch dabei. Jetzt geht's los, der Hund. Ich glaube, der muss noch Pferde aufnehmen. ... den Mountainbike und ab geht's, der Hund direkt als Zugmaschine. Unglaublich. Carina und Golly, ja, guck. Ja, der Hund zeigt sich, wenn du bist du bereit. Go, und die Zeit ist gewessen. Anstrengend schön. Hey, das ist eine Retrope. So, zwei blaue Schalen sind aufgestellt, damit die Hunde direkt... ... fünf, vier, drei, zwei, zwei, eins, und ab geht's. Ja, der Hund war immer so zu tun. Und, hol, 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 hol. Oh, ja, ja, ja. Eins, zwei, drei, zwei, eins, und auf. Oh, oh, oh. Alle acht Funden auf einmal, immer einen Satz. Richtig, schön. Eins, zwei, eins. Und ab. Ja. So, haltet jetzt. Okay. So, Thomas. Auf. Wir müssen erst mal die Reihenfolge klären. Okay. Komm, hier ist die Musik, hier ist das Ziel. Achim ist da, es ist die 22. So, Ilvo Sieben, das wird sein siebte Wahl. Komm bitte, lasst dich ziehen. Was sind das Worte? Kmh im Gelände, ist möglich. Und wenn's dann rechts, links geht, dann müssen die innerhalb von Bruchteilen von Sekunden beide agieren, zusammen agieren. Also, wir müssen eine Einheit sein und dann auch trainieren. Das ist nur eine ganze Menge abzart. Das geht jetzt weiter bis... Komm, 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 gehört. Das war ein klarer Befehl, ne? Nicht im Weg. Zwei Händackel. Eben hat man rennt gut und jetzt hat man... Okay. Also, ja. Ja! Ich würde sagen, das ist der... Okay. So. Hat er gesehen? Okay. Ja. Zwei, eins, okay. Die Gefahr ist, dass der Hund schneller laufen will als mit Fliegengewicht. Also, wichtig ist, dass man den Hund den Griff hat und auch... Drei, zwei, drei. Jetzt Andreas Liebers. So. Einfach weiter über die Ziematte, damit die Zeitmessung auch aktiviert wird. Wir holen Sie, alles Gute. Jetzt bitte. Ja! Im Gleichschritt... Nein, Gleichquote... Das ist Action! Ja! 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 Komm schon! Wir gehen jetzt auf die Tüte. Thomas Rundisch. Thomas, jetzt bist du dran. Thomas Tüttler, macht sich bereit. Thomas Rundisch zum 3-Minuten-Bloch. Ich bin wieder im Film drin. Da haben wir uns heute geschlossen. Jammer 2,2-Minuten-Bloch. Da können wir uns Kontrollen laufen. Die sind in der Kommission. Ich bin wieder im Camp in Deutschland. Aber er ist in der Tür.